Ja Leute, was geht ab? Ero am Start und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Leute, ihr seht es am Titel, heute mal die letzte Folge von dein Memes. So, damit auch nochmal, was geht. Traurige Flöte. Und ja Leute, auf Realtalk das ist heute wirklich die letzte Folge. Ich glaube, wir haben ja insgesamt über die letzten Jahre wirklich... Es war eine Ära! Digga, 400 Folgen gemacht oder so? Digga, es war eine Ära, Lukas. Es war eine Ära von der Zeit von den Menschen, die haben keine Menschen mehr gegeben. Es war so schön. Wie gesagt Leute, es war eine verdammt geile Zeit über die letzten Jahre. Aber die Memes gehen einfach aus. Es gibt keine neuen guten Memes mehr. Jede Folge, die wir irgendwie machen, ist irgendwie so zwei, drei Memes. Und dann kommen halt nur noch so Fortnite-Gameplays und so. Und das ist ja nicht in der Sache von Fortnite-Memes. Deswegen ja Leute, heute nochmal eine letzte Folge. Lasst einen Daumen nach oben da. Schallert richtig, zeigt richtig Liebe Leute. Wir fangen an und bist du bereit für die letzte Folge, oder man? Ich bin Pirat. Es interessiert keinen Digga, let's go. Hier, los geht's. Okay. Oh, die kenne ich noch. Leute. Hä? Hä? Okay, das war stark. Das war stark. Dieser Scheiß-Pumpkin-Kopf, Digga. Digga. Okay. Bro, bro, he's coming. He's coming. Shoot. Alles klar. Ja, Digga. Let's go. Das ist geil. No. Okay. What the fuck? Oh, da ist der Rinder. Harte, Sparte. Oh, shit. Oh shit, oh shit. Yo, wie schnell, Dinger. Oh, Ninja Skin. Oh shit. Yo, wie schnell, Dinger. Oh, Ninja Skin. Ey, jetzt mal Realtalk, das kennt jeder, aber wir müssen den originalen Clip mal gucken. Oh shit. Tschüss. Girls be like. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Er guckt sie an, Dinger. John Rook. Er bault. Ja. Oh, den kenn ich, den kenn ich. Oh, der, ja, der ist nicht wild. Stopp. Der Typ, so richtig locker. Digga, wenn du einen Crush hast, Dinger, und dann so cool sein willst, weißt du, und dann haut's dich voll in. Okay, Pugibomb. Let's go, Dinger. Disco Pugibomb. Aus dem Trailer. Ja, ja. Ja, ja. Ja, ja. Wie dieser Junge da steht, Dinger. Ja, ja. Ja, Dinger. Oh, mein Gott. Hä? Der beste Grad. Ja, okay. Tschüss, Rock'n'Ride, Dinger. Ey, aber das ist wild, Dinger. Das ist wild. Shit. Oh, mein Gott. Okay. The Boys. The Boys. No. Real Talk, Dinger. Real Talk, Dinger. Real Talk. Was kommt denn jetzt? Dinger, das ist ja über OG. Wie lange ist das her? Raven Skin. Immer der eine Mate, den Skin nicht hat, Dinger. Ich schwöre, Dinger. Immer. Grüße gehen raus an Fortnite Murder, Dinger. Äh. Äh. Was? Wir machen weiter, Dinger. Ja, wir machen weiter. Ja. Let's go. Let's go. Jetzt geht's los, Dinger. Wenn der Wien kommt, du kommst, du mach mal mit. Jaaa, wie lame, Dinger. Ich hab' auch noch was krasses, Dinger. Öö? Hä? Däts, nein. Boah, Dinger. Ja, Palette, Dinger! Ey, als ich angefangen haben, Fortnite übertrieben zu zocken, immer, wenn ich so scheiß Paletten gesehen habe, Dinger. Immer. Ah, stimmt! Der Meme war doch im Supermarkt, Digga! Ja, Digga! Für Dessen gefällt! Digger, Mensch. Ich erwarte das ja echt im Game, Digga. Ich schwöre. Äh... Zone? Ich schaff's grad noch rein? Nein! Oh! 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 Digga! Freikooking your ass! Not Crust Crap! Oh, Zone! Oh, oh! Freikooking your ass! Not Crust Crap! Shit. Er wirft'n Fisch in den Nullpunkt. Let's go! By the way, RIP nullpunkt. Er ist noch nicht mehr da. Oh, Digga! Oh, Digga! Oh, Digga! Wie sehr mini-Hit! Herz-Schmerz! Herz-Schmerz, Bruder! Yeah! I see someone coming! Oh, just a default! Oh shit! Auf einmal doch schmacki! Oh shit, jetzt geht's los! Kennst du den Clip? Nein! Er singt! Oh mein Gott! Das ist der Typ, der einen Unfall baut, Digga! Nein, nein! Oh shit! Oh shit! Yo! 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 Ogal, enter! Hä? 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 Tschüss Digga, allein sein Moving, Junge! Ich schwöre! Anson! Okay, der Schneemann, der Fette! Kelle Aijan mal! Oh! Ja, erstmal durchscannen! I like your cut G! I like your cut G! I like your cut G! What happens if you hit different screens in Fortnite? Nice, so first time we got the suited banana He's gonna bring his yellow Teletubbies friend And no matter what you do, never ever enter his mouth Or get close to it, cause he's gonna eat you And if you do, you're basically dead Like me Alles klar Holy shit bro, what the fuck is this? No, no, close that door Teletubbies Mach weiter! Mach weiter! Mach weiter! Mach weiter! Oh mein Gott! We're all talking Teletubbies! Mach weiter! Mach weiter! Mach weiter! Hey Digga! Oh mein Gott! Was ist das für eine Waffe? Tschüss! Hä? Hä? What the fuck? What the fuck? What the fuck was passiert? Hä? Jeder der's guckt sagt grad Was? Und der steht einfach What? This is for everyone who has had love I guess Genau Digga Das war grad ein Rap Nice Hit Oh mein Gott Nice Hit Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott Oh mein Gott I believe I'm not Die fucking Flach Hä? Und falsch hand tut Savecourt Nein! Nein! Ne? Oh oh No! Hä? 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 Okay, Mann. Okay, Mann. Hä? Nein. Ähm. Aber ja, Leute, ich würde mal sagen, wenn das Video gefallen hat, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben, da würde mich sehr, sehr freuen. Und wie gesagt, Leute, das war jetzt wahrscheinlich erstmal die letzte Folge Fortnite-Memes auf meinem Kanal, weil aktuell wirklich jeder Kanal, der Fortnite-Memes hochlädt, die ist einfach nicht mehr witzig und ich habe keinen Bock, mir irgendwelche Clips anzugucken, wo ich mir denke, Junge. Deswegen, ja, Leute, heute wahrscheinlich auch mal eine bisschen kürzere Folge, aber wie gesagt, lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn ihr die Serie generell gefeiert habt. Checkt auch oben über den Kanal vorbei, Leute, da haben wir noch eine Folge gedreht und da würde ich sagen, ich bin raus. Wir sehen uns beim nächsten Video. Haut da rein und macht's gut, Leute. Peace.